Du siehst, ich bin mal wieder am Basteln, oder am Basteln müsste ich eigentlich sagen, aber als Schwabe kommt immer beim Basteln raus, kann ich nicht anders. Aber egal, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und zwar geht es um die Hülle für meine RX100 Mark 7 und auch ein bisschen um die Hülle für meine G5X Mark 2. Da habe ich ja schon mal was gezeigt, aber dieses Konzept von dieser Hülle hier habe ich jetzt mit der RX100 Mark 7 noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber lass uns erst mal fertig basteln und dann reden wir darüber. Fertig gebastelt, aber um ehrlich zu sein, das habe ich schon vor zweieinhalb Monaten gemacht. Ich musste erst mal testen, ob es was taugt, was ich da gebaut habe, bevor es mir vorstellt. Aber wenn wir schon am Rumbauen sind, guck mal hier, das haben mir die Kinder gemacht. Ist doch geil, oder? Kamera, wo so eine Landschaft rausfließt. Nur, wo hängen wir das hin? Ich weiß gar nicht. Hier nicht. Nee. Hier? Ah, ich dachte, das ist gut, oder? Ich finde gerade keinen kleineren Hammer. So, jetzt wäre also auch das Studio geschmückt. Ist gut so. Lass uns aber zum eigenen Thema der Kamerahütte zurückkommen. Was für eine Hülle ist es? Was habe ich gemacht? Warum habe ich das gemacht? Und warum nehme ich überhaupt so eine Hülle? Ganz einfach. Die Hülle ist so ein Silikonteil, was man eben so über die Kamera stülpen kann. Der Vorteil ist natürlich, dass die Kamera dadurch kaum größer wird. Denn der einzige Vorteil, der richtig große Vorteil an einer Kompaktkamera ist eben, dass sie kompakt ist. Also das ist ein bisschen blöd, das rüber zu ziehen. Aber wenn es dann mal sitzt und dran ist, dann ist die Kamera halt doch ein bisschen geschützt. Und mir geht es hauptsächlich darum, dass hier vorne dieser Lamellenverschluss, dass der geschützt wird. Weil ich die Kamera eben oft in der Hosentasche habe. Und wenn da was drauf drückt, dann sind die Lamellen verbogen und dann funktioniert es nicht mehr richtig. Das ist mir bei mir an einer alten RX-103 passiert und dann ging der nicht mehr auf. Und das war halt doof. Die Kamera hatte ich früher noch in so einer Hülle drin. In so einer Neoprenhülle. Da passt die eigentlich auch ganz gut rein. Also einfach hier reinstopfen. Aber du siehst schon, man muss sie eben reinstopfen. Reißverschluss zu, dann ist die auch geschützt genug. Aber halt auch weggepackt genug, sodass man sie nicht mehr richtig benutzen kann. Also habe ich gedacht, ich nehme so eine Hülle, die einfach nur noch so einen Magnetverschluss hat. Schneller auf und schneller zugemacht und auch schneller rausgeholt. Aber das Ding steckt man sich nicht mehr in die Hosentasche. Und ich bin nicht der Typ, der sich sowas an den Gürtel ranmacht. Deshalb ist das für mich auch nichts. Also bin ich bei diesen Silikonhüllen gelandet. Großer Nachteil dabei, wenn man die komplett macht, dann lässt sich das da hinten nicht mehr richtig bedienen. Ich habe das schon mal weggeschnitten hier. Das ist in einem anderen Video. Also das ist die G5X Mark II. Es geht gerade so, dass man dieses Rad da hinten bedienen kann, wenn man es wegschneidet. Aber nicht so richtig. Ist bei der G5X Mark II aber auch nicht so wichtig, weil man eben ein Touchscreen hat. Und weil das Rad da hinten, das lässt sich gar nicht richtig bedienen. Ganz anders bei der RX100. Da brauchen wir dieses Rad hier hinten für die Steuerung der Kamera. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich schneide den ganzen hinteren Teil der Hülle einfach ab. Und klebe den vorderen Teil mit doppelt seinem Klebeband drauf. Und ich muss sagen, das hat erstaunlich gut funktioniert. Also besser als gedacht. Ich habe da oben extra ein bisschen was rüberstehen lassen, dass wenn die Kamera runterfällt, dass er dann zumindest so an den Kanten ein bisschen Schutz hat. Zumindest hier vorne, hier hinten halt nicht. Und hier vorne habe ich weiterhin den Schutz für die Lamellen, was eigentlich das Wichtigste ist. Hier komme ich an die Anschlüsse ran. Ich kann die Kamera wunderbar bedienen. Also das ist nicht perfekt. Aber das ist jetzt das Beste, was ich so kenne an solchen Hüllen. Ich hatte auch schon mal so einen kleinen Objektivdeckel, den man einfach da rüberstülpen konnte. Aber den habe ich in der ersten Tour gleich verloren. Also man kann den zwar hier irgendwie rantütteln, dann bauen wir da aber da rum. Das möchte ich nicht. Und dann, ich weiß auch nicht, das war nicht so perfekt. Das finde ich auch nicht perfekt. Aber einfach das Beste, was ich bisher so an so Hüllen habe. Einzig, was ein bisschen doof ist. Ne, ich zeige es euch hier, da geht es leichter ran. Diese Klappe hier, die fällt leicht ab. Und das da wieder ranzufummeln, das ist ein blödes Gefummeln. Also da muss man hier diese kleinen Dinger hier durchschieben. Das sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht, aber das muss man halt hier so machen. Und gerade wenn sie dann rangeklebt ist, die Hülle, so wie bei der RX100. So, jetzt habe ich es schon dran. Ich habe es schon oft gemacht. Aber wenn sie dann rangeklebt ist, wie bei der RX100, ist es noch ein bisschen komplizierter als bei der G5X Mark II. Soviel also zu meiner kleinen Kompaktkamera-Hüllenkunde. Ich verlinke hier unten drunter die Silikonteile. Die gibt es überall. Die kosten auch nicht viel. Von daher kann man sie auch ruhig zerschneiden. Ich bin natürlich gespannt, ob du noch eine bessere Idee hast. Wie gesagt, mir geht es darum, dass die Kamera so klein bleibt, dass ich sie in die Hosentasche stecken kann, aber dass auf jeden Fall diese Lamellen geschützt sind. Ich weiß, man kann auch vorne noch was draufkleben, so einen Filtergewinde und dann so einen normalen Objektivverschluss drauf machen. Aber dann wird es vielleicht schon ganz schön dick. Das ist irgendwie auch nicht meins. Das habe ich auch probiert. Also das ist das Beste, was ich bis jetzt hatte. Aber perfekt ist es nicht. Deshalb gerne kommentieren, wenn du bessere Ideen hast. Oder auch einfach kommentieren, wie du mein Gebastel findest. Außerdem, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann kriegst du mit, was ich mit diesen Kameras in diesen Hüllen alles noch so mache. Hier gibt es mein letztes Video und hier gibt es eine Playlist. Was weiß ich, irgendwie wie Kompaktkameras oder so. Dann sieht man sich auch schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.